Chinas Führung strotzt vor Selbstbewusstsein und untermauert das mit entsprechender Symbolik. Der 100. Jahrestag der Kommunistischen Partei wird gefeiert, ein Mega-Event. Eines der Höhepunkte ist am 28. Juni eine Show in Peking mit viel Pathos. China demonstriert wo immer möglich Stärke und ist sich damit der Aufmerksamkeit der Mächtigen der Welt gewiss. Sie haben China längst als neue Weltmacht begriffen. US-Präsident Biden hat offiziell den Wettbewerb zwischen Demokratie und Autokratie ausgerufen. Die G7 nehmen China in ihrem jüngsten Beschluss in den Fokus. Das Reich der Mitte sucht seinerseits den Schulterschluss mit dem ebenfalls in wachsender Spannung zu den USA stehenden Russland und Russland mit ihm. In einer Videokonferenz haben Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Putin ihren 2001 geschlossenen Freundschaftsvertrag um fünf Jahre verlängert. Bereits zuvor hatten sie eine verstärkte Zusammenarbeit in der Raumfahrtindustrie und Wirtschaft angekündigt. Dazu gehört auch der Bau von vielen neuen Atomreaktoren in zwei Atomkraftwerken in China. Sie seien ein gemeinsames Projekt zur friedlichen Nutzung von Atomenergie. Zu den weiteren russisch-chinesischen Initiativen gehört ein experimenteller Neutronenreaktor in China. Über 30 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion scheinen die Fronten klar wie eh und je. Hier der Westen, angeführt von den USA unter Biden. Dort China in enger werdender Bande mit Russland. Untertitelung des ZDF-HC Vielen Dank.